Ich sage herzlichen Glückwunsch an all die gewählten Kreistagsmitglieder für die neue Legislatur. Es war sicherlich in den letzten Wochen eine interessante Zeit für alle gewesen. Die Wahlen sind vorbei. Die Bürgerinnen und Bürger des Landkreises haben sich für sie entschieden. Nun geht es daran zu arbeiten. Ich freue mich auf eine gemeinsame Zusammenarbeit. Herr Ortmann steht neben mir, hat auch ein gutes Ergebnis bekommen. Herzlichen Glückwunsch. Und wir sollten auch im Kreistag daran denken, dass wir den Kreis entwickeln wollen und nicht die Partei in den Vordergrund oder subjektive Interessen in den Vordergrund stellen. Ich freue mich drauf. Ich freue mich auf die vielen Mitstreiter und die Probleme, die wir haben. Können wir alle lösen. Herzlichen Glückwunsch. Bis demnächst. Ja, also dem ist eigentlich gar nichts hinzuzufügen. Alles Gute. Herr Bricht, sie hat wie immerhin alles gedacht. Dann auf gute Zusammenarbeit.